hallo leute da sind wir wieder gut wir hatten jetzt vor uns ein paar schüler zu bauen also zwei allerdings hätte ich jetzt auch gerne noch was zu futtern okay na gut wir laufen gleich los zu kaufen und zwei fische erst mal brauchen wir die stelle gut passt sogar ja und den sind wir theoretisch damit den erstmals zeit hoffe ich komme doch alle viele leute kommen ich hoffe es sind keine bogenschützen da dann haben wir ein problem also wenn die treffen dann wird fertig gut aber keiner stammt hier rum ich hoffe dass einer von uns ja so einer von uns oh der hat hunger ja scheiße ja komm wir kaufen vier fische zwei für uns und für die über sein das sollte die eigentlich lang genug satt machen dann werden wir halt für den nächsten winter schon mal ja gut wir lassen ja sammeln das dürfte denn auch reichen hoffe ich gut den haben wir gut den haben wir damit einer schläft ja gut da wollen wir auch hin ich hoffe wir haben jetzt noch fleisch drinnen ja 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 auch toll oder ist gut Oh, da ist ein Böser Das ist das Schleichen? Okay Ich nehme mir den Den für mich Und die für meine Leute Danke, tschüss Oh, sind die alleine in ihrem Zelt Ich war jetzt hungrig, einschlafen ist für keiner Und dann gehen wir stoppen Tag 8 Diener weg Diener weg So, ihr zwei wartet mal ganz kurz So Was? Toll Der hat keine Stärke Wattenlappen Der hat keine Axt Na, warte Neh ich mir halt eine aus Na, komm hier So Ja, komm, dürfte ja damit trotzdem kämpfen Na, toll Heinz, wie kommt nur einer So, Moment So Das sieht gut aus So Ach, schade Den wollen wir hier Axt ist noch drin Ja Eins, zwei, drei Oh, schubs Jetzt haben wir wieder eine Waffe Na, ihr seid noch ein bisschen wisst, oder? Oh, ist nur einer Oh, schade Oh, sh koll Oh mmh Huh Uh, uh ah ah ok Und dass sich die ich habe doch links abgeblockt ich habe links abgeblockt gut hier brauchen wir noch 10 baumstämme 12 flachs und holz gut flachs gehen wir halt nicht mehr hin so mit den riemen da wollten wir doch was die könnten wir noch nicht ja den können wir auch noch nicht bauen der ist aber ganz wichtig richtig was alles hier es war bestimmt hier irgendwo wir brauchen doch irgendwo ist ein riemen ach ja hier acht holz das kümeln aber warum 16 jetzt heilen wir ein bisschen schneller gucken wir ob die immer zur selben Urzeit kommen so sollte erstmal reichen was wollte ich jetzt bauen das wollten wir noch machen ja 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 genau ich brauche noch zwei Riemen toll ähm ne hier sind wir hier haben wir auch noch 20 Schaden So, und da die das Zeug jetzt nicht da fertig machen wollten, machen wir jetzt noch das Bergbaulager da fertig. Was? Wo? Danke! Hey, cool. Kommt hier das fertig? Ja. Ja, da war auch immer was, wissen wir. So. Na toll. Ist der falsche Fisch? Na egal. Baumstimme. Ach ja, können wir gar nicht fertig bauen, wir haben keinen Platz. Ah. Halt! 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 Gibt gleich zwölf. die ersten wohl noch mittag ja komm wir gehen uns erstmal kurz nicht für schulden was haben wir hier geräuchert das heißt wir brauchen gegrillt wunderbar sicher sicher da die jetzt echt zu spät kommen ist es ganz gut wenn unsere siedler da auch noch ein bisschen gesättigter sind dann wird das schon wieder ein bisschen grüner hey du wir probieren mal den weg mal aus oh 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 okay ja gut er schützt auf jeden fall unser leben aber wow der hält ja ja wir sind hinterher nur ein tag finde ich gut ein tag winter klasse sache oh die sind ja komm die zwei können wir noch mit oh danke äh achta ja nehmen wir gleich mal die anderen schnell alles weg denn dann holen wir unsere leute scheiße scheiße den schon da hinter uns da oh hey na leute hallo hier kümmer dich mal drum um Oh man, shit! Ok, nee, 17.18 ist falsch. 17.2 machen wir den. Oh, das ist so mies! Wieso kam der eigentlich jetzt nicht? Weil er jetzt Hunger hatte? Ich glaube ich habe vergessen den jetzt als Gefährten zu nehmen. Ich habe nur noch einen. Ok, wir machen die gleich zu Gefährten. Also sofort. Oh! Ja, gut. Ok. Ähm, wo ist... ...bitte unser Fisch? ... 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 nicht weg bist du bereit bist du bereit schuld war das spiel doch mit man da kommen sie ok los geht's ich blog du hast drauf auf hot un hot oh Jo, danke dir, geht dir, du warst super, damit darfst du wieder weiter arbeiten, tschüss, nee. Okay, war jetzt nicht sooo schlimm, ah, fauler Sack, der will in Wirklichkeit bestimmt einfach nur nicht arbeiten, und bleibt erst länger liegen, so, haben wir hier, Wirklichkeit, Arbeiter, Arbeiter. Er ist zurück, Bruder. Hm, okay, egal, äh, nee, Holz haben wir. Noch drei. Jo, das dürften denn unsere drei sein. Ja, ach komm. So. Das sah eher nach einem Feuerbaum aus, aber gut. Nur noch einer. Dann können wir jetzt hier gleich endlich loslegen. Oh. Oh. Das kommt doch weg. Wieso sind wir jetzt wieder neutral? Das hatten wir für einen Scheißproblem. Ja. Werden sie mich fressen, wenn ich sterbe? Ja. 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 Seit mehr als einen Tag hungrig. Willst du mich verarschen? Du hast einen fetten Fisch? Ne, auch wegen Wetter. Der will mich doch verarschen, oder? Ja. Ich meine, der will mich richtig hart verarschen. Ja. 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 Ja, ich kann ja voll vom Glauben ab. äh, Flax hatten wir jetzt schon drinnen gehabt, oder? na, wir werden es gleich sehen ach, oh, Moment äh, Sammelhütte, wo haben wir den jetzt? Da. Da haben wir ja schon eins, okay 12, 10, okay Seide brauchen wir, Seide, 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 Seide hier nee, das ist der Falsche nee, Leiden brauchen wir machen wir jeweils 6 erstmal ist auch wichtig ah, okay, da brauchen wir noch 10 davon so ein Pilz wäre jetzt noch toll so ein Bärred auch die werden bestimmt alle angegriffen, wenn die hier durchlaufen und die Wölfel, äh, nachspawn naja naja oh, nee, komm, der hat ihn einen Typen da weg, äh, zerlegt da wird er ja wohl hinkriegen von Wolf eh, oh, die... die Bärne halten jetzt nicht so lange so so Und dann können wir uns schon mal Kupfer und Zinn holen. Das ist mich rarschen. Und dann können wir endlich mal ein paar ordentliche Waffen herstellen. Zwei. Dann haben wir da drei. Das ist dann der vierte. Okay, das ist ein junger. Das ist auch ein junger. Da. Auch wieder drei. Dann haben wir schon mal sieben. Was war denn da? War denn da ein Wolf? So ein Witz. Ja gut, ich gebe so ein bisschen Fleisch. Bei sieben da haben wir es, ne? Und mit dem jetzt hier. Ist das auch ein Dreier? Aber den haben wir alle zusammen. Jo, ist das aus. Jo. So, den Hanf nehmen wir auch gleich mit. Und dann suchen wir uns noch ein paar Leute. Bei zwei können wir eh noch aufnehmen. Da haben wir die Hütte schon da. Und dann können wir ja nebenbei einfach noch eine Hütte schon mal bauen lassen. Und dann holen wir uns auch noch zwei. Wir haben da noch ein paar gute da. Mit gut Stärke wäre schön. Ich glaube, das Spiel ist auch so ausgelegt, dass du halt hier nicht wirklich viel alleine rumlaufen tust. Und das mit Essen, das meinte ich mit den ausbalanciert seien. Weil das geht viel zu schnell runter. Aber das kriegen wir auch schon irgendwie hin. Hanf können wir eigentlich jetzt schon nehmen. Okay. Zumindest ein paar können wir schon mal nehmen. Ja, wir haben eine Schnur. Ja, das machen wir noch einmal. Moment, ich hätte doch auch hier gesehen. Umbelennen. Du bist Kupfer. Gut. Andere werden wir auch noch umwählen. Sind. Auf den Augen, außen sind. Okay. Dann nehmen wir noch ein bisschen Schilfrohr mit. Da da. Da. Dann nehmen wir noch ein bisschen Schilfrohr mit. Ui. Nee. Alle nass. Im Prinzip sollten die das jetzt auch schon alles schön sammeln. Aber wir haben ja gerade ein bisschen zu viele Aufgaben. Und zu wenig Leute. Ich finde es schon gut, wenn sie diese Aufgaben machen. Ah, guck mal. Der hat seine Axt repariert. Wow. Finde ich gut. So sind wir voll. Das heißt, jetzt können wir uns endlich gleich einen Bogen bauen. Und da haben wir uns jetzt noch. Nee, können wir nicht. Wir haben ja keinen Platz mehr. Eure Pilze dürfen wir eigentlich haben, wenn jetzt so einer gesammelt hat. Was macht denn der eigentlich? Wo ist eigentlich unser Fackel? Die müssen wir auch vernachtsam fertig kriegen. Wow. Da haben wir noch eine Axt. Wie haben wir das? Okay. Interessant. Axt ist nicht da. Na gut. Dann benennen wir das Ding mal fix um. Okay. Geht das auch? Steuerung A? Ja, wunderbar. Stellen 10. Dann können wir nämlich jetzt gleich von der Gesamtübersicht oder in der Gesamtübersicht die Aufträge machen. Machen wir jetzt mal 15. Das ist auch wichtig. Auch wichtig. Und hier noch 14 Steine. Oh, mein Schönen ist weg. Schönen! Oh, geh weg! Alter! Na, der. guck mal gucken was wir brauchen um das ding zu reparieren wir nehmen uns aber jetzt den jetzt hier und wir haben auch schon ein seil und zwei leinen schön da wir hier kommen so damals schon mal 6 und ja das war's denn für heute denn würde ich mal sagen heute wir sehen uns morgen wieder und dann schauen wir mal was wir morgen noch anstellen wahrscheinlich endlich mal hier den Ofen da farmen damit wir endlich Kupfer und Zinnen machen können und dann ziehen wir los und suchen uns noch zwei neue Leute möglichst vier dann brauche ich uns noch irgendwo jetzt hier noch ein wohnhaus sind wahrscheinlich da an der ecke und dann läuft das hier ne also leider macht's gut haut rein bis morgen Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.